Ja, willkommen zurück zum Ancbot R2 Tutorial von der Version 1.0.2.9 und natürlich auch hoffentlich der neueren Version sollte sich ja nicht ständig allzu viel ändern. Wir sind jetzt beim Punkt Timers angelangt. Hier drüben sind wir jetzt schon die letzten vier Punkte abgelaufen und jetzt sind wir beim Timer gelandet. Und dazu empfehle ich, falls du es jetzt persönlich noch nicht gesehen hast, den Command-Tab findest du in der Videobeschreibung des Tutorials dazu. Da findest du alle Grundlagen dazu, weil die Timers funktionieren im Endeffekt genauso wie die Commands, nur eben, dass sie nicht durch ein Kommando, durch einen Zuschauer oder Moderator zum Beispiel ausgelöst werden, sondern wirklich zeitbedingt. Also da erkläre ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel zu. Alle generellen Informationen kriegst du in dem vorigen Tutorial, in Tutorial Nummer 4, denke ich mal, müsste das dann sein. Schau dir das bitte an und ansonsten machen wir jetzt mit den Timers weiter. Wie gesagt, wenn dir was gefällt, wenn ich dir mit irgendetwas helfen konnte, dann lass bitte gerne ein Like da, gerne auch ein Abo. Würde ich mich extrem drüber freuen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir durch. Ist auch relativ einfach. Also erstmal hier wieder das Dashboard gucken wir uns an. Das ist der Name. Bei mir heißen die einfach Werbung. Ist jetzt nicht wirklich Werbung, aber ist halt Information. Quasi. Könnt ihr auch Info 1 bis 703 nennen. Das ist völlig egal. Hier schaltet ihr das an und aus. Das kennt ihr ja. Also ganz normal. Und hier ist die Antwort. Wie gesagt, ihr könnt mit Rechtsklick immer drauf gehen. Edit Remove. Set Active. Set Active All. Und so weiter. Ansonsten könnt ihr hier auch drüben was machen. Im Endeffekt. Das hier ist auch nochmal Edit. Das ist nochmal Löschen. Und jetzt fügen wir was hinzu. Nämlich machen wir Werbung 111 von mir aus. Wir setzen es auf Active True. False würde bedeuten, es ist inaktiv. Also der Haken hier drüben quasi wäre raus im vorherigen Fenster. Aber wir wollen es ja anhaben. Usage ist natürlich, wo wird es benutzt, dieses Command. Ihr könnt das für Discord oder eben auch für beides benutzen. Wir bleiben im Twitch Chat, weil ich ja keinen Discord habe. Gruppe. Müsst ihr nicht auswählen. Braucht ihr nicht. Ist egal. Und jetzt kommt die Antwort. So. Schau mein neuestes YouTube Tutorial an. Ich schreibe eigentlich schneller nur. Ich habe mein Kabel vom Mikro im Weg liegen. Entschuldigung. So. Jetzt wäre es so, können wir das abschicken. Na? So. Jetzt ist nur die Sache. Wann wird das in irgendeiner Form mal abgespielt? Das ist jetzt die Frage. Und das können wir in den Settings klären. Also. Wir haben jetzt diese Commands. Die sind im Endeffekt, ja, chronologisch geordnet. Also es fängt oben an, geht nach unten. Es sei denn. Jetzt passt auf. Jetzt wird es nämlich spannend. Link Timers to Commands. Das machen wir nicht. Das bleibt auch false. Weil ihr wollt ja nicht die Commands zeitlich bedingt abspielen, sondern wirklich nur mit Commands. Und ihr wollt ja extra Timers haben, die über eine gewisse Zeit in eurem Chat abgespielt werden. So. Faktisch habt ihr jetzt diese zwei Sachen hier. Diese zwei, ja, Balken, die ihr modifizieren könnt. Jetzt ist es so. Ihr habt ja hier eure vier Commands. Also eure vier Timers. Nicht Commands, sondern Timers. Eure viermal Werbung, die ihr da, mit der ihr irgendwas in euren Stream automatisiert, schreiben wollt, über euren Bot. So. Jetzt haben wir das Intervall in Minuten. Das gibt im Endeffekt an, nach welcher Zeit das nächste Command abgespielt werden soll. Wie gesagt, es geht von oben nach unten. Das ist aber auch völlig egal. Ähm. Nach fünf Minuten. Sprich. Pass auf. Jetzt spielt er dieses Command ab. Nach fünf Minuten spielt er dieses Command ab. Nach fünf Minuten spielt er dieses Command ab. Nach fünf Minuten dieses. Und dann fängt es wieder von vorne an. Aber. Wir haben eine Voraussetzung. Ihr könnt das hier auch ausstellen. Auf Null. Ihr könnt noch zusätzlich eine Voraussetzung hinzufügen. Nämlich. So wäre es jetzt so, dass es wirklich alle fünf Minuten wird das da reingespampt. Scheiß egal, ob jemand was geschrieben hat oder nicht. Hier ist es jetzt so. Hier kann ich einstellen. Wenn die fünf Minuten zwar voll sind, aber noch nicht 15 verschiedene Male in den Chat geschrieben wurde. Also 15 Leute haben in den Chat geschrieben. Dann kommt auch kein Timer Command mehr. Also diese zwei Voraussetzungen könnt ihr miteinander verbinden. Ihr könnt nicht sagen, die Zeit ist egal, sondern nur die Chatlinien. Nein, das könnt ihr nicht. Ihr könnt aber sagen, alle fünf Minuten kommt mein Command unter der Voraussetzung, dass 15 Mal irgendetwas in den Chat geschrieben wurde. 15 Mal in den Chat schreiben ist nichts anderes, guten Morgen, Shadow King. Und zwar 15 Mal in den Chat schreiben ist im Endeffekt das hier. Das sind drei Mal. Drei Mal in den Chat geschrieben. Drei Linien. So funktioniert das. Das ist schon alles. Mehr ist das nicht. Mehr könnt ihr da nicht wissen. Rechtsklick, Remove und fertig. Ihr könnt hier genauso eure Dollarzeichen-Commands einfügen. Zum Beispiel, hey Randuser, das würde jetzt auslösen, dass irgendein User von euch nach eben 15, 15 Minuten begrüßt wird. Hallo, Gustav, fleißig voten, Dankeschön. Und dann kommt eben der Link von Top Streamers, falls ihr da auch zum Beispiel dabei seid. Oder ihr könnt auch schreiben, hey Randuser, komm mal, schön, dass du heute wieder mit am Start bist. Also das könnt ihr machen und fertig. Mehr gibt es eigentlich zu dem Punkt hier nicht zu sagen. Das sind wichtige Sachen, wenn ihr in irgendeiner Form auf irgendetwas regelmäßig aufmerksam machen möchtet. Wie zum Beispiel, was sich halt anbietet, sind Twitter, Facebook, Instagram zum Beispiel, wenn ihr das habt. Da könnt ihr halt Links reinstellen und die Leute immer wieder darauf aufmerksam machen. Hey, mich gibt es da auch noch. Lass mal ein Like da. Oder ihr sagt hier, abonnieren geht jetzt auch hier kostenlos mit einer Twitch Prime Mitgliedschaft. Das könnt ihr zum Beispiel so sequenziell, also in einem gewissen Zeitintervall einblenden im Chat. Haben wir das hier? Ja, genau. Da ist es zum Beispiel gekommen. Er war wohl die 14. oder 15. Linie. Und ich habe einen Knick in der Linse. Dankeschön. Und dann kommt eben diese Nachricht schon auf Twitter, Facebook und Instagram vorbeigeschaut. Ja, so funktioniert das. Ist relativ simpel. Und ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. In diesem Sinne, ich bedanke mich für jegliche Form des Supports. Dankeschön für Likes, natürlich auch für die Abos, die ihr vielleicht da gelassen habt, wenn euch das hier in irgendeiner Form geholfen hat. Und beim nächsten Tutorial sehen wir uns dann bei den Quotes. Könnt ihr natürlich auch überspringen, wenn es euch nicht interessiert. Und in der Videobeschreibung das jeweilige Video euch raussuchen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht die Dude, haut rein und ganz viel Spaß mit dem UnkBot. Tschö!